Hallöchen, hier sind die Inge und die Renate. Und wir sind Gott. Das klingt erst einmal ein bisschen komisch. Es ist aber so. Also viele Leute sagen ja immer, zwei Frauen sind Gott. Das können wir uns gerade noch vorstellen. Also das geht noch ein Spiel. Aber woran sich viele gar nicht gewöhnen können, ist ja Gott ohne Bart. Das geht ja gar nicht. Da haben viele Probleme. Deshalb musst du ja auch mal eine Alternative her. Also jemand, der auf Abbildung mal einen kompetenten Eindruck macht. Ja, vertrauenserweckend. Ältere Herr, bisschen gemütlich. So. Hallo. Hier spricht der Herrscher über Himmel und Erde. Schöpfer. Also sprach der Herr, geht hin, seid furchtbar und mehret euch. Furchtbar und so. Schluss jetzt. Ich fand es eigentlich gut. So ist es normal. Ich meine, viel besser kriegt man es ein Schnettchen auch. Wobei man dazu sagen muss, dass gerade bei der Inge ein gewisser Damenbart ja im Ansatz durchaus vorhanden ist. Das ist doch eine Bodenlose Unverschämtheit. Och ne ja, Inge. Ich hab doch kein Damenbart. Außerdem epiliere ich den jede Woche. Obwohl ich das eigentlich gar nicht wüsste. Mhm. Ich hab doch kein Damenbart. Zur sofortigen Annullierung Ihrer Sünden bitte jetzt diesen Abo-Knopf klicken. Ja, das dauert ca. 10 Minuten, dann ist das durch. Achtung, gilt auch bei Onanieren, gell? In der Zwischenzeit könnt ihr sich hier noch ein paar Videos anschauen. Also da sind wirklich ein paar Knallerdinger dabei. Mhm. Mhm.